Oh, ein Buch. Oh, wir sind gleich da, endlich. Bist du behindert, Junge? Ich sage was, ich sage was. Oh, fuck. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Flugzeug. Ich höre was. Was passiert? Was passiert? Wir stürzen ab. Nein. Wir crashen jetzt. Es ist Wednesday night, dude. Es ist Wednesday night, my dudes. Timmy, Timmy. Oh, fuck. Ich habe keinen Sohn, hä? Ich meinte, hä? Was ist denn passiert? Timmy. Timmy, tabbidi, tabtab. Dieser Typ hat eine Hose an. Timmy, nein. Nein. Nein, Timmy. Mein Sohn. Warte mal, der ist nicht mein Sohn. Der ist ab der Pritt. Oh mein Gott. Der Anos. Alter, wer ist dieser Mann? Timmy. Bernd. Oh, fuck, Alter. Was ist denn passiert? Bernd. Nein, Bernd. Warum nennt sie ihn Bernd? Der hat einen Namen. Ih, guck mal, wie blutig meine Hände sind. Habe ich abgesch... Hallo? Hallo? Haha, what the fuck? Warum... Warum siehst du aus? Mister, excuse me. Hey, I'm from India. Sieht aus wie so'ne Indie. Ich kenne die Steuerung. Ich kann meine Kamp... Alter, die Sensitivity ist voll stark. Oh mein fucking Gott. Guck mal die Sensitivity auf. Oh, guck mal was ich hab. Ey, Junge, die Sensitivity ist super für mich irgendwie. Oh, guck mal was ich hab. Komm schon mal her! Hände auf motherfucker! Hände auf. Alle mutter. Meins meins, 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 meins! Guck mal das Coolum so auf dem Boden. Nein noch was ich spamm gerade x Hoph. Oh! Mikael. Hmm. Hast du mich... hast mich gerade das hast du gemacht ich war kurz auf mein handy das hast du gemacht ich schaue ich eigentlich aus wie schaue ich aus schaue ich so aus wie du mir eine ärger mich auch schon schon hat hat auch so einen bart und so eine brille auf nein ich habe früher nur filme gesehen wie man in so ist in so einer wildnis überlebt ich kann die dinge aufmachen also ich weiß nicht ob wir das überleben ich glaube nicht zwei idioten denn nicht mal eine andere hat man überleben aber zum glück habe ich schon mal ein paar videos von dem spiel gesehen deswegen ja als man hier machen wir haben was so ein paar jahren oder sowas von den jahren aus der koffe raus du zu stellen machen die sachen nicht raus und kann doch noch kann es gibt doppel gut aber das ist ja das ist ja für geil wir sind in dem video ich meine wir sind auf eine insel auf sondern kommt es gibt hier einwohner leute die uns helfen können oder so ja wir sollen die mal suchen aber ich glaube wir sollen jetzt für unsere reste lebens hier du bastard was denn michael michael was 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 nein ich habe feuerzeugen ist aus alter du schaust dumm aus halt die fresse junge ich nur welche schwarz bin und die töten uns oder was war es wie kann man auf eigene tasche gehen ach so auf touch wird das ist ein axt ach so man rüste die so aus naja l2 equip ja komm lass uns mal irgendwo hingehen aber nicht rennen wer weiß ja nicht was hier noch irgendwie ist ich habe keine lust zu sterben wir müssen irgendwie überleben und nach hause kommen und wir müssen bernd und timmy finden ja ich weiß nicht wer ist bernd aber timmy ich habe eine molotov gebaut wir wollen auch noch keine leute töten ja ja genau deswegen haben sie auch kein mauer wo bist du hingelaufen was habe ich denn gefunden weil man hier ist ja ich wohl noch koffer junge ich komme ich bin schon bei afrika wie kann man diese verfickten arschloch wie ich in den töten alter sagt mich nicht ja wo wir sind jetzt aus dem fenster sein fenster aus dem wald michael 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 was 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 lauf was lauf 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 ja du bist da kommt zu mir schnell schau mal nach links die sind diese menschen diesen menschen die sind die sie um ein ganz herr die rennen schnell komm mal ganz herr komm mal ganz schnell herr komm mal lauf doch mal schneller du alter väter sack ja ich muss gedrückt halten ich lässt die ganze los oh mein gott ich weiß nicht ob die so freundliche sind und wir kommen die kommen sie kommen wo hätten wo müssen wir hinrennen ich weiß ich gehe in container ein oh mein gott ist neben mir oh mein gott bist du das bin ich das ist mir rein was ist es ein papier ein stück papier ist es schon mal ich halte es auf meine hand was ist es dass wir in dem meer gehen was sind nein lass die arme schuldkröte ich kann so glaube ich gar nicht töten schau die kann man auch mal was weg natürlich lebt die noch du musst auf den kopf schlagen ok wir haben gerade beide das gemacht aber scheiß egal du hast es genau ich habe es nicht bekommen dass man die hand war die hände ich gebe ich waschen mehr er stellt erraten die hände ich selber so das habe ich mal von beta gesehen als sie das geändert haben er ja ja ich auch scheiße ich wollte kein stein ausrüsten wie mache ich das noch mal dass das und klebeband du haltest deine kriegte stein wie die cheeseburger hätte das machst du wie kraftig noch mal ein speer ich weiß nicht hier die schlose damit kenne ich mich gar nicht aus junge wir sind arm am selige bastard also ich habe bestimmt nicht irgendwas hast du gekraftet ich habe bestimmt nicht irgendwie gerade sehr viele molotovs gekürztet kann man das paket zustand einmal ganz paket zu stellen kommen das zurückgehen da war voll viele paketen michael wie er sich das findet es auf den land alt ist dann geh mit dem mutter das musste kochen und dummkopf so kannst du mir es geben danke du bist so ein arschloch dass die menschen dass die menschen zu seinem buch weg warte kurz muss meine waffe ausrüsten wollen wir die töten wirklich ins key die sterben nicht ich habe hefte mein leben verloren ich habe hefte mein leben verloren die rente rennt weg oh mein gott ist er stark ja lauft euch ihr bastardos arme nach krim also gar nicht weg krimine mordi der vorgärte hä so hässlich als ich heiße wie kann ich dich helfen soll ich dir helfen ja helft mir helfen wir müssen ja oh mein gott ist auf mich drauf gesprungen ich bin fast tot ja er kommt zu mir kommt ich habe ich habe ich habe ich habe aber du musst den körper mitnehmen lass uns erst mal ein lager bauen oder so hier so ein lager wie kreis das scheiß vollzeug weg machen nein lasst uns mal so ein lager bauen so ein zeltlager ich scheiße man ich sehe gar nichts wir müssen uns unbedingt wenn wir wenn es hell ist wieder also wenn wir wieder was sehen müssen unbedingt uns was bauen und so ja ich komme nicht rein so wie macht mich springen man auch man kann das aufmachen ich bringe man dreieck das ist so hart so was drin ja ich kann sagen auch in dem boden die ganze anzustand sorry ich gucke auf meinen schafften schau ich auch das sieht so aus michael klatsch mal alles rein was du hast bitte mit x nicht mit so ein missgeburt mach doch mal noch einen stock nein die stöcke waren zusammen schau ich so ein missgeburt ich habe nur noch einen stock bekommen ich suche schon stöcke hier sind drei stöcke du passt ja ist wieder herkommen bleibt da bleibt da ich gehe stock suchen ich will ehrlich gesagt nicht in den wald gehen aber egal machte keine sorge wir haben feuerzeuge wir haben feuerzeuge das passion auch hier schon mal siehst du stöcke ohne das war kein stock doch das war stock nein das war ein pipi man was schon wieder denkt ich bin neben dir du sollst du nicht die steine darauf tun das ist für holz oh mein gott habe ich mich erschrocken da kommt noch mehr oder ist eine hinter dir ist eine hinter ja das ist eine hinter mir glaube ich das sind fünf leute erren das mal weg hatte ist aber ich habe mir unsere wagen mit digga ich bin bei den strand zum unten bei den strand mach mal zwei stöcke rennen ich mache ich mache feuer ich mache feuer schnell 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 wir müssen ganz viel holz holen müssen ganz viel holz holen weiter vor ist viel schwerer als ich dachte vor allem mit normalem modus ich habe ja das schwöre hätten schweren warte ich schau mal was wir bauen können nicht jetzt auf dem markt wie wärs wir bauen den zweiten ja dann nachher dann können wir mehr holzplans potin auch Arschloch du bist in der feuer oh du brennst oh fuck sprich in dem wasser rein schnell geh in dem wasser rein schnell ich verreckt sonst du fernst du brennst au ich ich brenn nein hast du arm da reingetan ja das schmeckt auch gut nein das kann man nicht essen doch kann man kann man echt essen halt die fresse oh fuck ich hab blätter reingetan hör jetzt auf mein essen ich hab blatt reingetan weil das feuer stärke ist hast du den kopf reingetan alter nein how to use a book 101 was 101 oh ein baumhaus wollen wir das mal machen nein nein halt stopp das ist 80 irgendwas ich brauche ich jetzt ja okay dann bauen wir ein zusammen hier wo hast du das gemacht okay hier eine reicht glaube ich sogar nein ja was hast du mit unserer haus gemacht ich ja ey mann ich verwechsel mal 4kx ne du hast es weg gemacht ja ich tue anstatt die ganze zeit holz in den wagen der holz raus werfen scheiße egal müssen wir nochmal bauen das ist halt voll anders hier den dings ne ja wasser weil ich dachte man kann waschen mehr trinken das habe ich jetzt nicht gerade gemacht aber ich habe das kleid und von dieser frau genommen ich dachte ich habe das fleisch von dieser frau genommen als mauer ich weiß nicht wie man kleid ründert die kannst du nie wieder weg machen ne ist es ja schon bewusst ja geh doch einfach zurück wie schön wollen wir noch auf deinem wagen drauf tun ich kann doch nicht bring ding ding oh wir sind gleich fertig soll ich beim letzten holz vier eck halten auf das haus nein bitte nicht warum nicht weil wir haben voll wir haben so lange dafür gebrochen die letzten holz machst du weil ich habe eh die hälfte davon gemacht ich mache das letzte holz ich mache das letzte ich habe okay gleichzeitig jaja nein man kommt da nicht hoch das haben wir nicht gedacht als wir das ist ja nicht so geil gemacht irgendwie aber man kann auch nur alleine da schlafen dann toll toll richtig toll was brauchst du da ich baue ein ich baue es teile um stein stock und holz zu halten ja dann können wir in lagen bei unserem haus wenn wir dann brauchen komm komm geh in dein haus nicht da kein haus ich kann nicht da hoch springen da kann nur einer schlafen verpiss ich mich versuch mal schlaf wir können doch jetzt schlafen trotzdem nicht schön darauf zu schaffen ja weil du halt diese weil ich hätte gesagt der kopf bauen wir diese kleinen und so nein diese große und jetzt haben wir einen großen und wir müssen zusammen schlafen zu bekommen komm lass mal fahren lass mal jagen gehen oder so ich habe mir erstens hunger und zweitens durst und drittens habe ich durchfall ich gehe kurz trinken zielen üben oh god ja okay wenn du auch ziemlich üben willst dann steht ein bisschen weiter weg alter du stehst genau davor und das geile ist man kann man kann auch noch die pfeile wieder aufheben ja das ist gut ja mein aim ist perfekt ja komm lass mal jagen gehen ja 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 okay ja ja ja